Ich begrüße euch total und herzlich zum letzten Video im Februar. Star Wars, Star Wars Lounge, Star Wars Stammtisch, Star Wars Gruppe. So, was kann ich euch heute sozusagen als Neues verkünden? Nicht viel, ihr habt schon alles gelesen. Wie gesagt, auch den Antritt in Acht sollte Han, nein, sollte Luke, komplett mit seiner Frau und so weiter, es war eine ganz andere Abhandlung plötzlich aufgetaucht. Wir fragen uns zwischendurch, warum wird Legacy nicht umgesetzt? Warum werden die Sachen aus dem Kosmos nicht umgesetzt? Ja, warum? Kein Old Republic und so weiter und so fort, kein 1333 und so fort. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt halt nur 4, 5 und 6 und da habe ich heute diese gute Figur bekommen. Und wenn man sich diese Figur anschaut, die jetzt nicht aus Metall ist, sondern Deluxe von Walt Disney, ist Lea mit zusätzlichen Händen, ihrer Waffe und noch ein, wie sie halt agierte in 4. Das Gesicht genau hinschauen, sieht ihr wirklich ähnlich, ja? Die Haare, das ist zwar Kunsthaar, aber sieht unheimlich echt aus. Das ist unheimlich klasse gemacht, ich packe die Figur nicht aus. Auch das Kleid ist so seidig, wenn man sich, ne? Doch, wenn man sich, also schaut mal hier so von der Seite, sieht sie nicht echt aus? Diese Figur sieht doch fast echt aus. Sie sieht doch wirklich aus wie Lea. So, wenn man für unsere Künstler zum Beispiel, wenn die jetzt diese Figur rausnehmen würden, in ein wunderbares Diorama setzen würden, obwohl dieser Karton, okay, der ist ein Karton, aber dieser Karton schon alleine hat so eine Art Diorama. Und wenn ich mit dem Licht spiele, dass ihr das richtig gut sehen könnt, ja? Ja, also wunderbar gemacht, ziemlich leicht, ist also nicht so, wie nachher die da kommen, weil momentan werden ja die Elite-Sachen von Disney gesammelt, die dann vielleicht 2019 dann angeboten werden. Viele haben wir schon gemerkt, dass es die nicht mehr gibt, nicht lieferbar, wir die aber trotzdem haben und finden wir also gut, dass wir sie haben. Also Lea als Figur kann ich jedem Sammler empfehlen, der also Lea mag. Na, also wir haben sie jetzt genommen, wegen, weil diese ja nicht mehr vorhanden, sie ist ja nun mal verstorben und somit nicht mehr da. Und wir sind halt noch ein bisschen angefixt durch Roop 1, wie wir sie gesehen haben. Und dann, wie gesagt, bei 4 nochmal uns angesehen haben. Jetzt zum Schluss halt, als ältere Dame sozusagen, die werden wir uns vielleicht auch noch holen, müssen wir mal schauen, ob Disney die dann auch in Deluxe-Elite anbietet. So, wenn man das Gegenstück der gleichen Größe, er wiegt halt ein bisschen mehr, ist klar, er hat ja auch ein bisschen mehr Plastik oder er braucht ja auch mehr Plastik. Der Darth Vader, der Vater von Lea, ist aber auch gut verarbeitet. Hat, wie gesagt, zwei Laserschwerter. Eins ist sogar beleuchtet. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich packe den leider auch nicht aus. Also, wie gesagt, ist beleuchtet. Irgendwo wird da ein Kontakt sein. Irgendwo wird ein Kontakt sein, dass dieses Schwert angeht. Natürlich nicht mit einem Geräusch, nehme ich an. Also, mit einem Geräusch wird die wohl nicht irgendwie angehen. Wenn doch, wäre das natürlich noch schöner anhand dieser Figur. Weil viele, die das Vader sammeln, wissen genau, mal ist es ein blauer Knopf. Hier ist es halt ein grüner Knopf sozusagen. Ich sag jetzt einfach mal Knopf. Ich weiß bis heute nicht, ob die überhaupt irgendwelche Sachen hacken, wie ich ihn verkörpern durfte, dem damals 69, 1979 rumlaufen durfte hier in der PR, Lichtburg, Kino und Kaufhaus Karstadt, da gab es das ja alles noch. Da wurde ja 1979, wurde ja Riesen-PR hier in Deutschland gemacht für die Figuren, die Canada A77 auf den Weg gebracht hatte. 1978 wurde die Produktion so langsam angefahren, aber dann die ganze Welt Figuren haben wollten. Dauerte das, bis es 1979 hier so langsam angekommen ist. So, dann habe ich, wie gesagt, heute noch die Pasma bekommen. Captain Pasma, auch sehr schwer, ist auch eine aus der Elite-Gruppe, hat halt ein neues Case. Ist klar, ist ja auch die siebte Version. Die andere Version hat ein anderes Case, wisst ihr ja noch. Ist also auch echt aus der Firma Disney und zugänglich. Disney exklusiv bei Disney New steht da. Die ist absolut neu, ist auch neu aufgelegt, hat ein anderes Design. Pappe ist anders, aber die Figur sieht einfach nur klasse aus. Diese Figur war nun mal metallisch und Pasma war metallisch. Die erste metallische hat auch viel mehr ausgehalten, außer den Sturz ins Feuer, schätzungsweise nicht. Weiß man ja nicht, vielleicht kommt es ja wieder. Vielleicht hast du das ja überlebt, wer weiß. Mit dieser Uniform, die sie trägt, kannst du ein bisschen mehr aushalten, wie jetzt ein normaler Stormtrooper, dessen Rüstung sozusagen funktioniert. So, wie gesagt, die drei waren heute gekommen, die wollte ich euch heute nochmal vorstellen. Ich bin also, wie ich die Gesichtszüge gesehen habe von Prinzessin Leia, ja, muss ich sagen, man hat sich wirklich Mühe gegeben und sieht gut aus. Außer auch die Haare, nicht plastifiziert, sind natürlich Nylon-Haare, aber sie sehen fast wie echt aus. Also wunderbar gemacht. So, viel erklären muss ich nicht, viel erzählen muss ich auch nicht, weil die meisten lesen ja eh nach und wissen ja Bescheid. In der Gruppe seid ihr recht herzlich willkommen. In der Gruppe dürft ihr euch austauschen, ihr dürft auch verkaufen, einkaufen, ihr dürft aber auch philosophieren. Ich werde mich wirklich freuen, in drei Monaten Han Solo zu sehen, ja, auch mit einem anderen Darsteller. Aber man hat jetzt so viel gesehen, man hat Spin-Off gesehen hier in London, wie die gedreht haben da, wie die da rumfahren, was die da raus gemacht haben, hat man uns ja jetzt vorgestellt, gar nicht mehr so schlecht wirkt. Wir haben die Fotos einzeln uns rausgesucht, uns angeschaut haben, habe ich ja euch auch in der Gruppe schon gezeigt gehabt. Wohl auch viel diskutiert drüber und so weiter. Und die Diskussionen haben ja, kann es mir also wie gesagt vorstellen, dass dieser Film doch irgendwie wird. Also mir genügt die Unterhaltung, wenn der Film mich gut unterhalten hat und wenn ich den Film auch schnellstmöglich dann bekomme. Wenn wir Glück haben, Han Solo in sechs Monaten, dass es den dann schnellstmöglich auf DVD, Blu-Ray und 4K gibt, wollen wir hoffen. Rogue One, da ging es ja empfindungsmäßig auch ruckzuck ziemlich schnell. Gut, bei 8 hat man sich jetzt Zeit gelassen, kommt erst im April. Wenn man Pech hat, am 26.04. mal, also mich, also ich wurde noch nicht unterrichtet, einige wurden unterrichtet, dass sie so circa am 26.04. ihre DVD, Blu-Ray, Steelbook und so weiter bekommen. Ich hoffe es auch. Ich habe die Steelbook bestellt, alle Versionen und schauen wir mal. Wie gesagt, er hier gibt, wenn wir mal seinen Lauten hier, okay, dann, ne, so wie Darth Vader nochmal ist. So, dann stelle ich euch beiden nochmal vor. Darth Vader ist klar, aber siehe hier, Lea, ist ja wirklich, sieht ja wirklich echt aus, gefällt mir. Hin und wieder wollen die dafür bis zu 149 Euro haben, warum, weiß ich nicht. Wie viel ich 2019 dafür nehmen werde, weiß ich auch nicht, jedenfalls nicht so viel. Das ist schon mal klar, weil die meisten, die hier sich als Fan outen, haben nicht so viel Geld über. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich die eigentlich gar nicht abgeben. Vielleicht als Dekoration hier irgendwie drapieren, hinhängen, ausstellen, ja, irgendwie so. Ich bin stolz für Oskar, dass ich diese bekommen habe. Warum so günstig, weiß ich auch nicht. Aber, naja, es war wohl irgendwo ein Ausstellungsstück oder so. Bei Walt Disney, hin und wieder kriege ich was angeboten. Wenn die dann etwas günstiger sind, wie bei Amazon, kann es sein, dass die, was weiß ich, irgendwie, irgendwo da mal ausgestellt waren oder so. Sieht jetzt nicht so aus, dass die jemals, nein, die ist noch nie ausgepackt, so sieht man es. Aber der Karton stand irgendwie rum, wie der Karton bei mir auch rum stand. Und, ja, also wie gesagt, kann ich euch empfehlen, für die Sammler, die edle Sachen haben möchten, also noch einmal, diese schweren aus Metall auf einem Schreibtisch macht Sinn. Ja, und wenn man sich so ein oder zwei, vielleicht auch drei, sich dann da so hinstellt, sieht schon aus. Und wenn die vielleicht auf dem Sockel stehen oder auf irgendeinem Gegenstand, wirkt das schon. So, man kann also schon eigene Eye-Catchings basteln und bauen. Also so ist es ja nicht. Warum der sich jetzt hier bewegt hat, weiß ich nicht. Aber die Verpackung, die bewegt sich halt ein bisschen. Die Verpackung bleibt starr stehen. Zack, da kennt die nichts. Die ist richtig schwer. Nein, die wiegt. Wie viel die jetzt genau wiegt, weiß ich nicht. 30, keine Ahnung. 30 Gramm, 50 Gramm, keine Ahnung, steht nicht drin. Na, jedenfalls, so eine Figur an den Kopf bekommen, dann ist eine Beule da. Die Figur bleibt am Leben, aber der Kopf hat eine Narbe. So ungefähr, so schwer. Nein, sie sind schwer, wisst ihr ja. Also Elite, also stark gemacht und schaut nach was aus. Okay, ich sehe gerade, der Mantel ist aus Plastik, nicht aus Tuch. Da hätte man vielleicht ein Tuch, also für Elite, für eine Elite-Sache, hätte man doch ein Tuch nehmen sollen. Und nicht so ein starres Plastik. Sehe ich gerade erst, wie gesagt, solche Figuren werden nie ausgepackt. Solche Figuren werden halt auch nirgendwo ausgestellt als Figur, wenn dann nur mit Verpackung. Und ob ich diese Figuren in einem Schaufenster, glaube ich nicht, weil es Metall, die Wärme. Also die werden die Leute in einem Schaufenster nicht sehen. Die werde ich vielleicht für irgendwelche Dreharbeiten nehmen, dass ich die irgendwie abfilme und ein schönes Video mache. Wir haben ja große Monitore, die hier für Darstellungen genutzt werden. Ja, also das Emblem ist neu, alles ist neu. Die Cast-Action-Figur, ja, ist gut. Ist in Ordnung, ja. Ist noch richtig schön kolorierte. Ja, ja. Okay, ich wünsche euch wunderschöne Wartezeit auf Han Solo. Ich wünsche euch wunderschöne Zeit hier im Club. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit am Stammtisch. Ich freue mich mit euch zu reden. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr dürft jederzeit hier vorbeikommen. Ihr dürft schnüffeln, gucken. Wie gesagt, kaufen müsst ihr unbedingt nicht. Das ist wichtig. Also hier ist Kauf nicht wichtig, sondern schauen, unterhalten. Und wenn man dann doch der Meinung ist, man muss ein Unikat mitnehmen, sag das Wort, Unikat, dann ist es weg. Und neu geht nicht. Nein, neu geht nicht. Ich habe heute viele gehabt, die sich, oh, für ein Geburtstag, für ein Hermann oder so, hört sich gut an. Auch die anderen Figuren, die wir da haben, aus den Spielfilmen haben wir ja ganz viele Figuren da, nur die haben ihren Preis. Ja, ist klar, James Coburn in seiner Rolle, Steiner, kostet natürlich diese Figur mit allem drum und dran. Und mit der DVD schon ein bisschen mehr wie unsere Star Wars Sachen. Gut, sie hier, wie gesagt, habe ich schon für 149 Euro gesehen. Ja, also 149 Euro ist also nur dann, wenn es die überhaupt nicht mehr geben würde, interessant für den Preis dann zu kaufen. Bei mir natürlich immer günstiger, das wisst ihr, immer günstiger wie Amazon. Ja, wisst ihr Bescheid. Na, also, Risa Lea ist da, Darth Vader ist da und Basma, ne? Ja, so ist das. Und Gute Laune ist da. Gute Laune, Star Wars. Okay, macht's gut, Leute. Viel Spaß noch, die Resttage im Februar. Ja, ähm, wie gesagt, ihr dürft hier wirklich posten, euch unterhalten. Es geht hier nicht um Verkauf oder Einkauf, es geht hier um Humor, es geht hier um Unterhaltung, es geht vor allen Dingen um Star Wars. Ja, auch wenn hin und wieder mal etwas schwachsinnig erscheint, es hat aber einen Sinn, ähm, darüber zu philosophieren, sich auszutauschen. Darum geht's, dieses analoge, internationale, online-austauschen, vor allen Dingen austauschen. Sich um die Figuren kümmern, man muss sie nicht unbedingt kaufen, man kann ja darüber sinnen, ob es Sinn macht, so eine zu kaufen. Und ich bin ehrlich, sobald ich so eine in der Hand habe, mir die anschaue, das Gewicht spüre, schon, äh, gehe ich zum Scheckbuch und möchte die nächste Figur kaufen. So, da bin ich aber am Endpunkt. Ich möchte so manche Figuren kaufen, äh, die mir angeboten werden, zu super günstigen Kursen. Und dann plötzlich kommt der Hammer, ja, Verpackung, der Zoll, dann kostet so ein Teil, sag ich jetzt mal, die natürlich nicht, aber irgendeine für 10 Euro angeboten, kostet die plötzlich 100, ja. Die Figur selbst wird mir für 10 Dollar angeboten, dann kommt der Zoll dazu, dann nehmen die 60 Euro für die Verpackung, ja. Äh, da muss ich schon manchmal staunen, dass aus 10 Dollar plötzlich 99 oder 127 Dollar wird mit Zoll und Verpackung und Versand mit Fenex und so weiter. Und so fort, also da bin ich dann doch schon hin und wieder enttäuscht, weil die Verpackung, damit kann ich nichts anfangen, die Figur ist für mich wichtig, ne. Und wenn die mir für 10 Euro angeboten wird und 80 Euro drumrum, dann macht mir die Figur keinen Sinn, auch wenn ich Sammler wäre. Und ich bin kein Sammler, ich bin Händler und hin und wieder, äh, mag ich Dekoration. Dekoration, ich mag wunderschöne Dekoration und wenn ich mich an dieser Dekoration satt gesehen habe, möchte ich natürlich dann wieder was Neues hinstellen. Und wenn ich die dann einem eine Freude machen kann und er kauft für weniger wie bei Amazon oder so und ich merke, er mag diese Figur, ja, er greift sich die Figur. Also, wie vorhin auch, ist klar, wir haben noch kein Weihnachten, wir haben noch keinen Geburtstag, wir haben jetzt eiskalte Witterung, wir haben Winter. Da kauft man nicht mal eben für 24,95 eine Figur, auch wenn die riesengroß ist, ne. Also, einige Mütter sagen dann, nee, ist nicht, ne, ja. Also, die Stange, wie bei 8, geführt, ist auch dabei, sehe ich gerade. Ja, das ist wirklich die Version aus 8, diese Chaos Action Figur aus 8, Captain Passma. Da hat Passma ja auch diese Stange da getragen ist. Also, ist die neueste, ist die neueste Version. Ist also das letzte Stück, wo sie dann gegangen ist, ja, aus 8, ja. Ja, aus 8, sieht gut aus. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Passma ist Passma für mich, aber Passma kam ja mit dem Gewehr und sie kam auch mit dieser sogenannten Stange, wo sie da den Finn, äh, weghauen wollte. Aber Finn hat sich doch gewehrt und gewonnen. So, ich habe jetzt auch gewonnen, nämlich habe ich Zeit. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen tollen Abend, Star Wars Abend. Bei Netflix ist bald Star Wars weg. Ich habe mir heute die Rebels angeschaut. Die habe ich mir hier auf der Riesenmonitor gebeamt, also gestreamt. Und die Kunden könnten gucken, wenn sie Lust hatten. Aber wie das so ist, ich lebe in einer Star Wars freien Zone hier. Ähm, deswegen mache ich es online. Online, wie gesagt, auch kein Verkaufshender mehr. Nur noch reine Unterhaltung. Hier wird nichts mehr verkauft. Wir verdienen auch kein Geld mit diesem Video oder so. Äh, nur noch reine, äh, Unterhaltung. Reiner Spaß, ähm, hat also wie gesagt nichts mehr mit irgendwelchen Commercials zu tun. Ich glaube auch nicht, dass da Werbung gelaufen ist oder Werbung gezeigt wird. Ähm, ob einer diese Videos einkauft und darauf seine Werbung platzieren möchte, steht in den Sternen. Glaubt nicht, dass da einer vorbeikommt, äh, ein Angebot macht, um hier Werbung machen zu wollen. Ich mache eigene Werbung, eigene Werbung für den Shop, Medienshop, Copyshop und vor allen Dingen Star Wars, Star Wars Figuren, Cosplay und verweise auf die Gruppe, auf den Club, auf den Filmclub. Ähm, ja, das mache ich und ich finde es gut. Ja, dass das irgendwie noch lustiger werden könnte, so wie Bulli oder so, äh, muss ich schauen, ob ich da einen auf Bulli mache, Bulli-Hörweg, keine Ahnung, wäre nicht schlecht, damit ihr euch besser unterhalten fühlt, versteht ihr, ne? Also, ja, ich bin weg. Tschüss.